Das gehen wir nochmal beim großen Haus rein. Das haben wir schon gemacht, aber ich werde noch mal ganz was gucken. Da war eben ein Ball. Wo denn? Tigerkatze? Wo war der Ball? Hier beim Ball? Hier war ein Ball? Oh ja, aber den kann ich nicht mitnehmen. Ich bin die Kinder so voll süß. Ach, man kann hier weitergehen. Ah, ich glaube, wir können das gar nicht alles sofort schaffen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Spinnis, Spinnis sind die Bösen hier im Spiel Ihr wisst es ja Die Leute, die nicht wissen, worum es geht Wir müssen einen Samen retten vor den Spinnen Der letzte Samen in seiner Art Also Baumsamen Immer nüchst Okay Versuchen wir über den Ja, keine Ahnung Sind immer so Minigames Okay Am Ende muss ich ja sowieso alle platzen lassen Um da runter zu kommen Okay, wir hatten noch nicht Fliegi Fliegi muss auch mal Soll ich eigentlich mitnehmen oder so? Okay Okay, alle haben diese Albträume Alle gegen diese Albträume Hatte ich Wem habe ich das noch nicht gemacht? Den dicken hatte ich doch schon, oder? Habe ich den hier schon? Mal gucken Der hat übrigens den Samen in seinem In seinem In seinem Dings Was muss ich tun? Achso Im Kreis drehen Anlauf Anlauf Nochmal zurück Anlauf Und 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 Tadadadadadada Die Spinne frisst mich wieder Das zeug ist nicht gut für uns die jungs hier ging jetzt gut ich glaube ich habe das gefühl müssen diese flasche bekommen aber wir müssen den typen erst schlafen lassen dafür brauche ich irgendwie sowas wie so ein schlaflied vielleicht und dann kriege ich die flasche wir gehen raus oh mein gott fleißige ameisen haben meinen kollegen mitgenommen folgt ihm ich muss ja den stopfen ziehen wir sind im ameisenbau von mama ameise hätten wir hätten sie es mir mal ganz kurz einmal gezeigt dann auch ich habe das ding wo brauchten wir das nochmal wo brauchten wir das noch mal eben hat mir irgendeiner was gesagt die die schamanen hier war nicht die jungs wo war die schamanen hier ist und in dem ei ist ein wofür brauchen wir das ei für was braucht man das ei zum kochen sehr gut was hier in dem großen gut falsche küche hier hier ja hier komi nein ich kann es nicht nehmen wir wollen das ei nicht gleich beim frankenstein oder zum essen kommt wir gehen auch mal zu frankenstein das ist frankenstein hier frankenstein frankenstein ja hier ja jetzt ich krieg doch bestimmt hier noch irgendwas ganz sicher was ist denn das hier für ein ding wer kann denn sowas nutzen ist das ein wecker soll mal zum schlafenden typen nochmal gehen das das ich wollte das nicht haben denn hier ist den auch nicht irgendwo kann man das doch bestimmt noch nutzen das ist jetzt überall Hinrich, Dankeschön. Willen Sie das Ding haben? Ah, hier. Ah, tauschen. Wir brauchen noch drei. Oh mein Gott. Jetzt fehlen uns aber wieder Teile. Das ist voll süß hier. Ich mache das ganze Geklimper von den Ostfaschen. Flasche mit Licht. Welche Flasche mit Licht? Also ich wäre ja dafür, dass wir die Flasche holen. Aber ich weiß nicht, wie wir an die Flasche rankommen. Und wir müssen noch das Hühnchen hier retten. Der braucht noch irgendwas zu essen. Was ist denn das mit dem Licht hier, war der Typ? Hier. Ich kann die ja nicht haben. Ach so. Ah, okay. Aber nee. Kommt nix raus. Das ist schon eine gute Idee. Und hoffen, dass was rauskommt. Hier kommt aber nix raus. Also ich wäre ja eine gute Idee gewesen, aber ich kriege hier nix. Oh, du musst hier vorher was klicken. Oh, jetzt gibt mir was hier. Ich kann die Flasche dann nicht nehmen. Ich kann die Flasche nicht loslassen. Also wenn ich die loslasse, geht das wieder zurück. Keine Ahnung. Habt ihr immer eine Ahnung? Eine Idee? Sammelt keine Bälle. Keine Bälle? Ist das eine Anspielung, dass ich Bälle sammeln soll? Ich weiß es nicht. Helf mir doch mal. Ich kann hier nix machen mit der Flasche. Echt, Leute. Ich kann nix machen mit der Flasche. Das sehe ich einfach was nicht. Sobald ich die loslasse. Haben wir irgendwas? Nee. Ich bin gerade ganz rat los. Kann ich hier noch irgendwas machen? Ach, das ist ein Storsch. Boah, ist das schwer. Der verarscht mich, der Bräuch. Mann. 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 Was hast du jetzt? Mann. 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 was mache ich denn jetzt mal der frosch muss in den schlitz ja ich kann aber nichts mehr machen sobald er auf dem schnabel ist macht er seine animation ich zeig das noch mal ich kann ich kann da jetzt nichts tun so ich kann jetzt nicht mehr tun ich mache nichts mehr mein gott gibt es irgendwas zu tun noch ich kann nichts machen mit dem schnabel was zu essen aus der großen küche habe ich eben auch schon gedacht große küche war hier da haben wir es aber da haben wir nur einen hohen mehr wo wir die kleine küche war hier hinten ja 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 da Da. Achster Ton, Hallöchen. Ja, Hallöchen. Noch zwei. Kann ich Fußball mitnehmen? Nö. Irgendwas. Ich bin dir voll süß. Oh Mann, was fehlt uns noch? Was haben wir nicht geschafft? Ich geh noch mal ganz kurz durch. Wir gehen noch mal ganz kurz bis dahinten durch. Das haben wir noch nicht geschafft. Dafür brauche ich die Flasche. Der Schlafende? Das haben wir hier schon geschafft. Aber den Sinn verstehe ich jetzt gerade mit dem Frosch nicht. Ich weiß nicht. Das haben wir alles schon. Das haben wir schon. Das haben wir schon. Uh, wo kommt ihr näher? Hey, hey, hey. Wir zurück. Keine Ahnung, was wollen die jetzt? Hm. Da. Also hier müssen wir Licht machen. Aber wie? Aber wie Leute. Oh, das ist ja schwer. Das hat alles so gut geklappt bis jetzt. Und dann auf einmal wird das immer schwerer. Also es ist schwer, aber es ist jetzt ein bisschen kompliziert das Ganze. Was macht man hier? Ich klicke gerade wie ein Weltmeister, Leute. Ich klicke gerade wie ein Weltmeister, Leute. Das und das fehlt uns noch, das Rädchen. Verdammte Hacke. Ja, den Raum muss ich leuchten, aber ich weiß nicht, was ich da finden muss, um Licht zu machen. Ich habe keine Ahnung. Hier haben wir eigentlich alles gemacht, oder Leute? Hier waren wir x-mal drin gewesen. Ja, das ist ein Schü surveillance. Ja, ich kann es nicht so schnell zurück. Ich bin hier in die Hand. Ich bin hier in die Hand. Oh, ich bin hier in die Hand. Ich bin hier in die Hand. Oh, ich bin hier in die Hand. Ich bin hier in die Hand. Du willst wirklich, dass ich nochmal zu den Trompeten tüme und dann soll ich nochmal versuchen? Ich habe gerade gesehen, ich habe gerade noch einen Frosch gemacht, aber da kriegst du, glaube ich, nichts mehr. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß nicht mehr. Wir wissen zwar, wo wir hin müssen, aber ich habe keine Ahnung, was ich da tun muss. Eine Lampe würde ich ja gerne mitnehmen. Hier, so eine fliegende Glühbirne, das wäre ja ganz cool. Ich habe keine Ahnung mehr, Leute. Ich bin ratlos. Ich kann die Lampe bewegen. Oder will ich die Lampe bedienen. Was machen wir, Leute? Spielen wir noch weiter? Oder spielen wir nächste Woche weiter dafür? Ich habe keine Ahnung, was wir noch machen müssen oder machen können. Ich bin sprachlos und ratlos. Wieso geht das nicht? Das muss doch irgendwie funktionieren. Hm. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Aber es geht nicht. Ich kann hier auch gar nicht mehr raus. Kann ich hier noch etwas machen? Ich verstehe es nicht. 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 Hier ist nichts, echt nichts mehr. Nein! Ich lasse alle Ballons platzen. Und hier fällt es dann wieder zu spinnen im Mund. Jawohl. Vielleicht wenn die runterfallen, muss ich auf die Typen klicken. Nee, ich kann nur auf meinen klicken. Ich kann nichts zogen, ne? Nur auf meinen. Ich weiß es nicht mehr Leute. Ne total fragt. Überfragt gerade. Ich habe keine Ahnung. Und wenn wir es gleich wissen, dann ist es wieder so einfach gewesen. Ja, aber ich kann die nicht an die Lampe an. Ich habe versucht. So, guck mal. Falsch hast du aber. Äh, hier. Nein. Hier. Nein, auch nicht da. Hier. 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 Die Flasche an die Lampe. Wie tief muss das denn? So? So? Hier ist doch an der Lampe. So? Sag mal Leute, wie oft habe ich das denn jetzt gemacht? Ich verstehe das nicht. Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch. Hm? Aufstehen. fängt vom und he h Ich kann nicht am Seil, jetzt geht es doch wieder. Ich bin irgendwie manchmal zu doof. Ich klicke hier jetzt auf das Seil, was geht nicht und jetzt geht es dann doch wieder. Aber wie oft haben wir gerade eben die Lampe, diese Flasche an die Lampe gehalten. Ich gebe es auf. Los, alles einpacken! Wir fliegen! Ich werde zurück. Nein! Ich bin erkannt! Nein! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.